am start heute mal ein 1 vs 1 ich mit der locus natürlich nur quickscope gegen sieben gegner spiel nur mit ferro mal gucken was dabei rauskommt ich lass mal heute ein bisschen die kommentare weg und naja ich konzentriere mich ein bisschen auf spiel weil mit der ferro ist nicht so einfach mal gucken wie es funktioniert lasst euch ja ich muss ja noch ein 26 dem schluss machen das habe ich fast vergessen zu sagen naja guckt euch mal an ziel erledigt ich habe rake ist weg ich 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 Drain erledigt. Einen abgefackelt. Naja, ich weiß ja echt nicht, was sie vorher mit der Loco wollte, mit dem schönen Visier. Sie sah ja echt scheiße aus. Das einzige, was ich hier schade dran finde, ist ja leider nur eine Kinoaufnahme, weil ich den Live-Spin vorher nicht laufen hatte. Das wollte sie so nicht, wegen, naja, wegen dem Reden selbst, jeder, die er will. Wie steht es mittlerweile gerade? Ah, 6-6. Schlechts hat sie sich nicht geschlagen, aber ich hatte halt nur die Locus. Aber ist ja egal, wie kann man Spaß machen? Ein paar schöne Kills waren dabei. Es war jetzt nicht so traumhaft, aber sahen auch ganz gut aus. Lass mich mal überraschen. Mobile Infanterie erledigt. So schlecht ist es ja echt nicht. Ah ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt gerne Like da lassen, Kommentar, wie ihr wollt. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Einfach bei Facebook.com den Slash da hinten setzen, die Brotmacher und noch ein Slash, dann seid ihr direkt auf unserer Facebook-Seite. Könnt ihr auch gerne Like hinterlassen, Kommentare und wenn ihr mal ein 1 gegen 1 Quickscope wollt, einfach nur sagen, würde mich freuen und würde schöne Videos ergeben. Naja, ich klinge mich jetzt wieder mal ein bisschen aus. Seht euch das Video doch weiter an. Rentiert sich eigentlich. Für das, dass sie die Färbe hatte. Und ja, was ist hier eigentlich für ein Prestige? Achso, steht gerade nicht hier. Super. Ich glaube, die ist Prestige 5 oder 6. Aber egal, geht ja nur um Spaß. Zu heiß für dich. Feind ausgeschaltet. Das war's für Sie. Hammer-Manometer. Das war schon ein crazy Match. Und das ohne Zielkreuz. Naja. Akku ist nicht jedermanns Sache. Aber egal. Das war's für Sie. Mobile Infanterie erledigt. Ah, schon ein bisschen lustig, wie die Kills so hinflutschen. Man darf ja nicht, man muss ja eigentlich berücksichtigen. Sie hat die Färbe, ich nicht. Ich hab ja nur die Locus. Aber naja, jeder war mal schlecht am Anfang. Wo sie nicht relativ gut zocken kann. Ah ja, Locus bringt's halt. Und die Hitzewelle war auch ein kleiner Trost. Bedrohung neutralisiert. Und boom. Ziel erledigt. Das war ein bisschen ludig. Naja, muss man ja mal ein bisschen warten. Sonst hat man ja gar keine Chance. Die Strategie bringt's. Und daneben. Nochmal. Das wird jetzt guter. Und boom. Ja, ziemlich. Wie viel stehst du denn grad? Ja, 17, 15. Da war ich grad wieder mal aufholen. Naja, was soll man sagen. Ich kann leider das Stumm nicht rausmachen bei ihr. Wäre noch lustig, wenn mir die Stimme hören würde. Aber wie gesagt, würde mich echt mal freuen, Paar 1 vs. 1 zu machen mit der Community. Wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Wird natürlich live gestreamt. Das Wichtigste, keine großartigen Ausdrücke, wenn ansonsten werden die rausgeschnitten. Von YouTube selbst halt natürlich. Was man auch irgendwie verstehen muss. Und da ist ne Stolperfalle, wie schön. Ich lustig war, aber ich bin hier reingerannt. Und da hab ich ihn helikasiert. Und da hat sich die Holt. Wie gehabt. Eigentlich noch ein relativ knappes Match. Aber wenigstens hat das W-60 gleich funktioniert. Jetzt sind es gerade mal noch 10 Abschüsse. Ich bin hier. abgeschossen ein schuss ist kein schuss 2 muss sein feindliche drohne nähert sich die drohne war auch geil es war ja fast ein wunder dass sie nicht wieder da raus gekommen ist das versuchte ich nicht einfach in die andere richtung ok jetzt habe ich 22 zu 20 an und für sich ja nicht schlecht aber die hitzewelle hat schon noch was und da war erheri da sah es wieder schlecht für mich aus aber rache muss ja üblicherweise sein sorry dass ich heute nicht so unbedingt wunder bin ich habe die letzten nächte zu viel gezockt das war ein scheiß reflex der scheiß punch aber da wird zwar sie hat sich voll aufgeregt es sei unfair punchen gegen ferro da rennt sie weg und kommt zurück der lacher drauf war echt bombastisch ich bin voll ausgelacht da war das lachen spätestens wieder vorbei jetzt 25 zu 25 match war dementsprechend eigentlich echt spannend ich bin voll ausgelacht das ist die Zeitweide und ich legere dann werden wir wieder in die Bine mobile infanterie erledigt wieder und ist hier wieder die letzten zwei Kills und da ist hier jetzt kommt der 360 das war kein Schand aber naja, was will man machen naja, das wars wieder mal von den Brotmachern ich wünsche euch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen